Offensichtlich wurden Gloria Glumack und Tessa Bergmayer während der »Sommerhaus der Stars« Dreharbeiten keine Freundinnen. Das Irren, Psycho-Sommerhaus hat auch seelisch Spuren hinterlassen. Es war wirklich sehr anstrengend, erklärte Reality-Star Gloria Glumack nach Ende der Dreharbeiten zum »Sommerhaus der Stars« 2024 auf Instagram. Ich darf ja nichts sagen, aber es war schon krass. »Sommerhaus der Stars« Tessa Bergmayer schießt gegen Gloria Glumack. Offensichtlich fühlte sich Tessa Bergmayer von Glumacks Worten provoziert. Ich finde es ganz lustig, dass es genau die Menschen sind, die jetzt am lautesten Irren und Psycho-Haus schreien, so das Model, sie halten sich einfach selbst den Spiegel vor. Sie sollten einfach mal ein bisschen reflektieren. Laut Bergmayer bestehe Glumacks spärliches Vokabular hauptsächlich aus Beleidigungen, wobei sie die Konkurrentin auf Instagram selbst als Zombie bezeichnete, der sie an Chucky die Mörderpuppe erinnere. Sommerhaus der Stars Vegan-Streit zwischen Tessa und Gloria Dass es zwischen den beiden während der Dreharbeiten ordentlich gekracht hat, daran besteht nun kein Zweifel mehr. Offensichtlich ging es um das Thema Veganismus. Auch wenn du noch nicht gerafft hast, was für ein Tierleid du anrichtest, wünsche ich dir weiterhin das Allerbeste und weiterhin ein »Go Vegan«, so Bergmayer zynisch. Tessa Bergmayer ist Tierschutzaktivistin. Dass Bergmayer, die in Heidi Klumms Casting-Show »Germany's Next Topmodel«, GNTM, bekannt wurde, komplett auf tierische Produkte verzichtet, ist kein Geheimnis. Als sie 2023 am RTL-Dschungelcamp teilnahm, machte sie ihre Lebenseinstellung gegenüber »Bild« deutlich. Keine Tiere zu essen ist keine Grenze, sondern meine Vorstellung von Ethik und Moral. Genauso, wie jemand anderes die Einstellung hat, keine Menschen zu essen, möchte ich keine Lebewesen essen. Allerdings habe ich auch das Gen, wenn ich jemanden sehe, der Fleisch kauft, die Person darauf anzusprechen, dass es vegane Alternativen gibt. Vielleicht stimme ich den einen oder anderen um oder rege zumindest zum Nachdenken an. Wenn man ein Problem hat, sollte man darüber sprechen. Sommerhaus der Stars Gloria Glumag droht mit der Ausstrahlung. Mit dem Bekehren scheint es im Fall von Glumag auf jeden Fall nicht geklappt zu haben. Denn diese postete nach dem Online-Beef in einer Instagram-Story »Werk aner Witze«. »Darauf esse ich erst mal ein blutiges Steak«, schrieb sie dazu. »Und dir viel Spaß beim Grasen«, Tessa. Mehr Aufmerksamkeit wolle sie dem Model auch gar nicht mehr entgegenbringen, abgerechnet wird bei der Ausstrahlung. »Und dir viel Spaß beim Grasen«, »Und dir viel Spaß beim Grasen«. Untertitelung ist für das Video, ésstelle »viertelung, »Und dir viel Spaß beim Grasen«...